Wir sind in Melbourne, genau auf der Brücke über den Yara-Fluss. Hier die neue Promenade, die vor ein paar Jahren neu angelegt worden ist. Hier das Konzerthaus, wo wir heute Abend ins Konzert gehen werden. Jede Menge Leute. Straßenbahn, Sportstadion da hinten. Und des Weiteren ein Teil der Skyline von Melbourne. Yara-Shuttle. Merry Christmas heute am Silvestertag 2012 in Melbourne. Wir warten auf das neue Jahr 2013. Ein Stockwerk weiter oben hier am Yara-Fluss. Da ist schon ganz schön viel was los. Und da oben sind die Luftballons für die Party heute Abend zu Silvester. Und da oben sind die Luftballons für die Party.